Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Der Name ist Onchau. So wurde es vorhergesagt. Wind und Wasser, goldenes Horn. Mit Onchau wird neue Hoffnung geboren. Jetzt wissen wir, was das heißt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sie kannten Ono. Sie sagen, er war das tapferste Einhorn, das Sentopia jemals gesehen hat. Und alles könnte so einfach sein, scheint alles zerstört und für immer verloren. Vertrau auf den Zauber, schau immer nach vorn, denn bricht dir auch vor Kummer fast das Herz. Einhorn, Tränen lindern deinen Schmerz. Ja, Einhorn, Tränen lindern deinen Schmerz. Einhorn, Tränen lindern deinen Schmerz. Einhorn, Tränen.